Christian, was verstehst du unter Tantra? Unter Tantra verstehe ich Energiearbeit. Und dann gibt es aber noch einen Anteil in mir, das ist das, was man immer hört, Sex. Dass er was mit Sex zu tun hat. Okay, hattest du das? Ne. Naja, irgendwie ein bisschen schon. Naja, ein bisschen schon. Also die sexuelle Energie. Auf jeden Fall. Mit der sexuellen Energie hat es ganz viel zu tun. Aber eben nicht nur, es ist nur ein Teil davon. Und darüber klären wir auch in unserem tantrischen Zirkel und nehmen euch mit. Wir tanzen. Jogieren. Genau, wir jogieren. Und wir zeigen euch ganz tolle tantrische Partnerübungen, wo es um mehr geht als nur um Sex. Es geht nämlich um Verbindung. Liebe. Genau. Achtsamkeit. Achtsamkeit. Innigkeit. Spüren. Loslassen. Loslassen. Ganz, ganz viel. Wenn ihr Interesse habt, dann kommt dazu. Am 24.04. geht's los. Ja. Bis dann. 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 Bis dann.